Meine Mutter hat mir abgeraten, aber ich habe mich durchgesetzt und das ist meine Erfüllung. Dass ich das entwickeln kann, was ich mir vorstelle, das ist eine Gottesgabe. Die Herkunft ist doch ein wesentlicher Punkt im Charakter des Menschen. Das ist das Wichtigste, dass man es auch weitergeben kann. Das Lernen und das Hören und Spüren geht automatisch den Kindern über. Ich wünsche mir, dass die Kinder alle eine gute Ausbildung haben, dass man auf die Umwelt aufpasst, dass die Kinder eine Basis haben zum Fortleben. Jetzt einen Audi A1 gewinnen. Volksbanken Raiffeisenbanken.